Hey ho! Willkommen bei Chibi Let's Play, dem Let's Play Kanal mit dem kleinen gelben Küken. Das leider momentan ziemlich im Stress ist, weil ich jetzt aus privaten Anlässen wirklich von einer Baustelle zur nächsten renne. Also jetzt nur bildlich gesehen, ich baue nicht wirklich, aber ich habe momentan sehr viel zu tun. Und das Problem ist auch, es ist Sommer, es ist sehr heiß und ich schaffe es nicht, bei über 30 Grad Aufnahmen zu machen. Also da leidet wirklich die Qualität drunter und ich bin im Eimer und ich habe einfach auch Sorge um meine Technik hier. Deswegen wird es ja auch bis Herbst erstmal auch keine Wii-Spiele oder ähnliches geben. Das kommt dann erst später wieder. Ich meine, vor einigen Jahren war mir die Playstation 3 auch schon überhitzt und ist leider nicht mehr zu gebrauchen und ich habe keine Lust, dass mir so etwas noch einmal passiert. Was also bedeutet, wir werden jetzt wirklich nur eine kleine Sommerpause erleben. An jedem Tag, an dem es regnet und die Temperaturen runtergehen, werde ich mich sofort wieder dransetzen. Aber es läuft halt darauf hinaus, dass ich jetzt wirklich erstmal die Videos hochlade, die ich im Vorfeld auf Vorrat aufgenommen habe. Und das heißt jetzt zum Beispiel auch, dass wir jetzt nach Kirby's Adventure erstmal kein neues Let's Play am Donnerstag direkt gestartet bekommen. Leider. Deswegen wird da erstmal nur The Legend of Zelda, Link's Awakening laufen. Aber dafür auch noch dienstags Dragon Quest Monsters. Aber das bedeutet nicht, dass ich aus der Welt bin. Also ich höre jetzt nicht mit YouTube auf. Ich überlege mir auch immer wieder, ob ich noch eine kükige Blödelei mit Voltibi machen kann. Und der Podcast Level 3 mit Dreadelux und Tippi Let's Play geht natürlich auch weiter im 14-Tage-Rhythmus. Denn da hatten wir ja glücklicherweise auch schon ein bisschen was im Vorfeld erarbeiten können. Ja, und jetzt hoffe ich nur noch, dass ich meine Angelegenheiten rechtzeitig regeln kann. Dass wir möglichst bald wieder richtig durchstarten können. Ich sage dann mal bis bald und Tibi Tschüss! 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 Vielen Dank.